Das hier ist Episode 0, wie wir diesen Audi TT von 2008 von einem absoluten Normalzustand in einen Südomedia Offroad Produktionsmonster umbauen. Wetter ist ein bisschen scheiße, deswegen erzähle ich euch mehr, hier einfach im Auto. Let's go! Kurz zu dem Background hier von der Karre. Das ist der Audi TT von 2008 von meiner Mom, quasi so mein Kindheitsauto, mit dem ich so zur Schule gefahren wurde oder von Freunden zum Spät abgeholt wurde. Long story short, meine Mom hat sich einen neuen Wagen gekauft, die Südomedia GmbH hatte noch kein Auto, also ich auch noch nicht. Ich brauchte aber eins, hatte aber schon Führerschein, deswegen habe ich mir einfach den Wagen hier geholt. Und wir haben auch schon einiges Geiles mit dem Auto hier erlebt. Wir haben schon Produktion gemacht, haben aus dem Auto raus Car-to-Car-Shots gefilmt und einiges mehr. Und jetzt dachten wir uns aber, hey, es wird nochmal an der Zeit, diesem Wagen hier ein neues Leben zu geben, weil in dem Auto noch so viel mehr Potenzial steckt. Was wir da aber machen wollen, das erzähle ich euch jetzt. Let's go! Alright, Freunde, let's go! Also, was haben wir mit dem Auto vor? Der Audi TT ist ja jetzt komplett plane und ich finde, da ist einiges an Potenzial in dem Audi TT, weil, klar, der sieht jetzt gerade relativ simpel aus und so, okay. Aber ich finde, man spürt irgendwie aus dem Auto, aus der Silhouette kann man irgendwie viel rausholen. Und ich will da halt so ein Südomedia Production Card rausbauen. Und das heißt, was wir auf jeden Fall machen müssen, ist die Farbe vom Auto. Die muss nämlich in die Südomedia CI kommen, dieses Eisblau mit schwarzen Akzenten. Wie man das genau macht, gucken wir noch, aber das muss auf jeden Fall kommen. So Gimmicks im Innenraum müssen natürlich auch rein, Akkuladestation, Platz, um das Setup zusammenzubauen, wenn wir on the road sind, safe. Und dann gibt es ja so ein bisschen zwei verschiedene Arten, womit man mit dem Auto hingehen kann. Entweder wir gehen in so eine racy Richtung, bisschen tiefer legen, schwarze Felgen, Auspuff, racy Vibes halt. Ich persönlich finde, das steht dem Auto auch sehr gut, kann man auf jeden Fall machen. Oder wir gehen in so eine Off-Roady Rallye Dakar Safari Edition und da finde ich diese alten Porsches so geil, mit diesem Retro-Look, so ein bisschen höher gelegt, alles verstärkt. Extrem geil. Und dann sagt man halt, hey, wir bauen das über die nächsten Monate um und dann machen wir auch irgendwie im Herbst einen krassen, fetten Off-Road-Trip und fette Off-Road-Shots dann mit dem Wagen. Frage, macht alles von dem Sinn? Was all this legal? Auf gar keinen Fall. Die Racy Edition macht keinen Sinn, weil der Motor ist zwar geil, das macht schon Spaß, aber so richtig krasses, krasses, krasses Sportwagen-Erlebnis, glaube ich, wird das eh nicht. Und die Off-Road-Aktion macht auch nur so Halbsinn, weil es ist ein Frontantrieb. Ich habe keine Ahnung, wie teuer sowas wird, wenn man da so Unterboden verstärkt und ob man das überhaupt alles so easy machen kann. I don't fucking know. Aber irgendwie geht es bestimmt und es soll vor allem Spaß machen. Und ihr seid vor allem gefragt, was würdet ihr machen? In welche Richtung würdet ihr gehen? Eher racy, eher Off-Roady? Was seht ihr in dem Auto? Wie kann man es geil machen? Was sind geile Produktions-Umbau-Sachen, die man in dem Auto machen kann? Wie sollen wir diese Serie hier nennen? Und so weiter und so fort. Ich mag zwar Autos sehr. Junge, Digga! Aber ich bin voll der Noob. Ich habe noch nie irgendwas an einem Auto selber gemacht. Also das wird auch sehr aufregend. Wie viel können wir selber machen? Zu wie viel müssen wir immer in die Werkstatt gehen oder zu Leuten, die es halt für uns zusammenbauen? Ihr seid bei allem dabei und schreibt mir mal rein, wie findet ihr die Idee für diese Serie? Die nächste Episode kommt auch schon in ein paar Tagen. Da werden wir euch den Status quo vom Auto mal zeigen. Interior, Exterior, Sound. Wie fährt es sich jetzt gerade? Da könnt ihr euch also auch schon freuen. Das haben wir auch schon im Kasten. Freunde, lasst dem Video jetzt auch gerne mal einen Daumen nach oben da. Schallert den Subscribe-Button rein. Und alle eure Ideen. Ich bin hyped auf diese Serie. Ich bin hyped, was wir aus diesem Wagen machen können. Und dann wird es in richtiger Aktion. Freunde, das war es von mir. Wir sehen uns beim Mix. Mal haut rein. Peace.